Auch mal für das Karma beim Busfahrer bedanken. Also Micky und vielleicht wird die Krone droppen, das ist einfach ein kleiner Nachteil, weil die auch eine größere Pink Reich heute hat. Gut, hab sie gedroppt. Hat zwei Hits. Da ist einer. Ja, das schmeckt dir, ne? Einer kauft die Straße wieder, White. Er ist wieder draußen. Läuft außenrum, da. Das ist bestimmt der Braum. Der andere kann sowas glaube ich nicht. Die sind sehr defensiv. Das ganze Schild von denen ist weg. Zwei Schuss noch. Warte ich geh rein. Schön gemacht. Hol ihn, hol ihn, hol ihn. Den zweiten. Frisch. Ja, er ist hier außen. Lass mich durch. Sorry. Das dürfen wir nicht machen. Schön. Mach das Ding einfach kaputt. Test unten dann zum Kennenlernen. Ja, wir haben gerade Hallo gesagt, wir haben angestupst, mit der Spitze ein bisschen reingegangen und jetzt geht's wieder raus. Wir gehen, äh, wir gehen um aufs Schiff. Gesundheit, Fleisch. Einer ist direkt vorne. Vedal ist direkt vorne. Wir sind gut geflogen. Ja, ich muss abdrehen. Wir haben High Ground. Wir haben den High Ground bekommen. Wir haben den High Ground bekommen. 90er Hit. Mit der Sniper. Zeppelin, Zeppelin, Zeppelin. Oh, ich habe gute Hits bekommen. Ich würde tatsächlich hier reingehen und vielleicht warten, bis jemand reinkommt. Äh, Auto im Norden. Hier waren gerade Fußschritte bei mir. Vielleicht sind wir schon wieder. Wir könnten Bot sein, ne? Auto hinter uns. Auto hinter uns, wo wir hergekommen sind. Pass auf, Micky. Nicht, dass da oben jemand drin sitzt, ne? Ich glaube nicht, dass da einer drin sitzt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hier ist einer. Hier ist einer. Wo? Der war da in der Box drinnen. Drei Stück. Holy shit, was? Ja, ja. Hier sind da drinnen. Auf her, auf her, auf her. Nein Leute, auf mir. Ich bin klar. Einer down, einer down. Schade, Jungs. Boah. Maxify, als ob. Einer war down. Ichste Kettenraucher. Hä? Micky, wir sind's einfach. Hä? Was? Hä? Hä? Die sind alle falsch. Das ist die erste Runde gewesen. Oh, keine Zeit. Na gut, dann sind wir neunter. Wichtig. Sehr gut, Jungs. Geil. Einfach gekleppt in die anderen. Wichtig. Ah, die kommen mit, die kommen mit. Dann lass mal so moven, dass wir auf jeden Fall nicht in diesen Sandwich kommen. Ja, einer ist direkt bei mir. Direkt vor mir. Er ist hier unten. Haben wir eine, haben wir eine geboxt, haben wir eine geboxt. Hier ist der Pro. Oh, no. Nice, nice, nice. Lass mich rein, lass mich rein. Lass mich rein, lass mich rein. Habe, Boxen, eine geboxt. Habe ihn? Nice. Lass, lass, lass keine Waffe. Lass, lass, keine Waffe. Lass mich rein, lass mich rein. Ja. Hier bei mir. Habe ich eingefangen. Ja. Er ist hier drinnen, er ist hier drinnen, er kommt hier nicht raus. Aber ich bin netz. Nice. Boah, Digga, es slackt so heftig. Ja, slackt richtig. Digga, wieder slackt, was? Da ist einer im Auto neben uns. Finde den schädel? Finde den schädel? Finde den schädel. Ja, ja, ja. Da, ja. Komm mal. Also macht der Auto kaputt, oder? Da, gegenüber. Hier, hier. Hier, seine. Ab in! Nice. Einfach nur in die Zone kommen für Placement Point. Kannst du mich splashen? Hier ist ein Gegner von uns. Warte. Was passiert hier? 88er Headshot. Könnt ihr mich folgen? Geh zurück, ja. Geht so, geht so. Ich kann dir folgen, Fly. Gehen wir runter? Ja, lass runter. Ihr könnt auch bauen, ne? Ich baue. Kommt hoch. Ich bin zwei bei euch. Ja, wir werden gerade gebrochen. Okay, du bist alleine. Einfach hochkommen, wenn du kannst. 20 Leute left. Hier, in der Box, in der Box. In der Box, in der Box. Konzentriert dich auf die Zone. Placement ist ja wichtig. Ab in. Schön. Er ist unten, 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 unten. Kannst du springen? Ja. Ich bin komplett runtergefallen. Schade. Ja, nehm die Softback-Spin. Mega. Oh! Bleib stehen! Schade, Fly. Nehm die Softback-Spin. Oh! Oh! Ja! Super! Digga, Fly und Flopper! Ja! Fly, der Beste! Fly! Das passiert, wenn ihr euch mit dem Krieg einlässt! Oh mein Gott! Du hast den Heal-Off noch geschafft! Wie? Wie viel Kälter? Ich hab vier. So viel besser, Fly. Du bist so viel besser. Oh mein Gott. So viel besser. Danny, siehst du das? Danny, siehst du das? Danny, siehst du das? Hallo. Ich hoffe, Danny hat das gesehen. So. Dann können wir in die Standing. Boah, jetzt Danny's Reaktion. Haha! 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 Haaah! Hahaha! Haha! 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 Hahaha! Hahaha! Der Key ist nicht da? Das ist schlecht. Der kommt gleich. Ich glaube, so lange kann er nicht fappen. So lange fappt er nicht auf dem Klo. Flugroute? Oh, die Flugroute ist... Wir müssen direkt droppen. Miki, scheiß schneller! Wir haben direkt Hot-Drop. Wir müssen direkt raus. Rückschwing! Wollte raus! Springen! Springen direkt raus! Oh Gott! Hot-Drop, direkt runter! Ab in! Schön! Wir haben keinen Grundfotter. Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Ja, ich war völlig im Fight! Ich konnte nicht reden! Wir haben ihn! Drei Kills! Ich glaube, das war Sascha wieder, ne? Ja, das war Sascha! Oh, Digga! Sascha wird so sauer auf mich sein! Holy Shit! Vadeal wird so sauer auf mich sein! Schon das zweite Mal! Wann lernen die das? Dass die hier weg müssen? Oh! Direkt vor uns! Holy Shit! Oder soll hier drauf! Ja, ja, ja! Da sind nochmal Gegner vor uns! Da sitzen wir hier drin! Fahrt weg, wenn's okay ist! So, jetzt halten! Ohhhh! Ohhhh! Wir müssen rundern im Back! Wir sind rundern im Back! Also im Back! Hört bei mir ist einer! Auf linke Töne, was? Ab 1! Was? Ach, Digga! Mann! Ich wurde gefinished! Haut einfach ab! Haut gehen einfach weg! Spiel einfach safe! Oh mein Gott! Chill chill chill! Ganz cool! Oh, wenn wir da zu dritt jetzt wären! Das wäre so Gold wert! Das wären so zwei Free Kills! Ja! Deswegen ist, ich muss auch in die Zone! Ist das Problem! Ja! Soll ich die einfach anschießen in der Hoffnung, dass die Panic und weglaufen? Ja! Könnt's schon machen! Oh, die rennen nicht weg! Du könnt's noch impulsen! Aber die werden auch von der anderen Seite! Aber die wissen nicht, wo du bist! Du wissen nicht, wo du bist! Schön! Schön, Fly! Die sind scared! Die sind richtig scared! Schön! Schön! Aber du musst da weg! Du musst da weg! Shockwave! Nimm die Shockwave vorne! Shockwave! Krass! 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 Weg an Flopper! Du hast einen Flopper! Nein! Ah! Sehr stark, Fly! Sehr stark! Sehr stark noch rausgeholt! Auf uns wird so gespuckt, ne? Wir hatten so krasse Clips, Digga! Ja, wichtig! Bodenlos, wirklich! Nicht relevant! Ah! 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 Micky, weißt du was auch wichtig ist für die Relevanz? Dass du wieder als 85er gestorben bist? Also ein Dogshit-Player! Ah! 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 Es ist so schön! Es ist so schön! Ab in eine Runde! Eine Runde! Wo Danny direkt am Anfang stirbt! Und trust, Chad! Der ist komplett im Klummerbuch! Tschüss! 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 Der ist hier! Hab ihn! Nehm ihn! Ich brauch's deine Waffen! Ich brauch's deine Waffen! Dann kann ich besser sprayen! Oh! Ich hab nen Kill gemacht! Ich hab... Ich weiß nicht! Ah, du hast nen Kill! Ich hab nen Kill! Nice! Da ist einer im Auto! Hier im Auto! Shot! 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 Der hat so Shots! Wieder wie letzte Runde! Einfach auf Laufen konzentrieren! Hier ist ein... Pass! 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 Nehm dir! Nehm dir direkt! Kommt her! Kommt her! Ich hab jemand! Lauf dir rein! Oh! Nice! Oh! Micky ist in der Zone! Ja! Ich bin so tief in der Zone! Ich hab nicht mehr gecheckt wo die hingeht! Ja! Digga! Ich wusste nicht mehr wo's lang geht! Fly! Du bist wieder völlig auf dich allein gestellt! Mach's genauso wie nochmal! Genauso Fly! Genauso! 18 Leute! Boah! Du hast nen Kill! Digga Fly! Du bist so ne Maschine an der Junge! Du bist so krass! Kader! Siebt er so krass! So krass! So krass! Einfach der klasse Boy! GG! Let's go! Final Click! Keep him! Pass auf! Check! Das sind die! Ach so weit! Ach so weit! Ja! Chill! Block! 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 Nein! Der ist weg! Block! Block! Heck! Chill! Du bist offen! Splashes! Denkt an die Splashes! Macht euch voll! Ihr habt alles da! So viel Loot hier! Ihr könnt euch komplett voll machen! Überall weg! Überall! Unter der Brücke auch sehr viele! Links! Komplett aufm! Es geht los, oh oh, Miki ist wieder auf Toilette. Der hat aber auch so ein gutes Timing dafür. Ey, no joke, Alter, der hat echt geiles Timing. Ich hoffe, der schritte diesmal schneller. Und der Bus fährt direkt wieder über Kondo. Miki, schritte schneller! Das ist ganz schlecht. Das ist echt schlecht. Wir hätten bis zum Ende warten sollen. Ja, das ist die Runde, die komplett ist. Ah, ich wurde markiert! Ah, jetzt haben wir auch noch Zone. Ich muss immer in den, vom Ostflügel in den Westflügel des Hauses. Fühlst du auch, Miki, oder? Was soll ich euch da sagen? Was soll ich euch sagen jetzt? Ja, was denn, Alter? Weiter, weiter, weiter. Ab ein. Kannst du mich einbauen, Miki? Miki, bau mich ein, Miki, bau mich ein. Ich hab zwei Nock, ich hab zwei Nock. Ja, zwei Nock. Ich muss dich hier ins Team. Der andere kann nur bauen, der andere kann nur bauen. Der andere ist ein Pro. Oh, das war richtig. Das war richtig. Wir sind welche! Viele, viele! In der Box, in der Box, komm raus, komm hinten raus, komm hinten raus, komm hinten raus. Dabei revive. Ja, mach. Warte. Oh mein Gott. Revive. 31, 31. Versuchst du uns abzuhauen? Oh. 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 Oh mein Gott, Digga, die sind so mit so... Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. die Runden ohne Bauen. Also irgendwie, weiß ich nicht, wir haben noch nicht unsere Runde gefunden. Ohne Bauen? Ja, ohne Bauen haben wir noch nicht die richtige Runde gefunden. Ja, Jungs, aber ich kann euch eins sagen, alles ist noch möglich. Micky, Danny ist erster. Also du kannst, ich weiß, dass es an dir nacht. Ich weiß, dass es an dir nacht. Lass dich doch reden, Eli. Lass doch, ich weiß doch. Was soll ich denn sagen jetzt? Ich kann ihn doch ganz mit klein reden. Er hat halt rasiert. Ich gönn ja. Ich gönn. Er hat alles rasiert. Er hat alles platt gemacht. Das ging nicht krasser. Er hat gespielt wie ein Pro. Ist okay. Ist in Ordnung. Du beugst dich einfach. Ich beug mich. Ich beug mich nach vorne. Er hat es krass gemacht. Er hat es krass gemacht. Das ist ein Sportmann. Ein fairer Sportmann. Er hat es wirklich krass gemacht. Oh, Nicoletta, die Arme. Das tut mir ein bisschen leid. Oh, Nicoletta! Hey, wie komme ich hier runter? Oh, Nicoletta, oh nein. Nicoletta! Stehenbleiben. Brechen! Bnack! Richtig, keine Gnade. Ich kann den Bounce. Track, track. That's right. Nice. Let's go. Shieldbreak. Wieder Shieldbreak, wide. One shot, one shot. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Shieldbreak. Shieldbreak. Knock, 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 knock. Crack, dead. Nice. Er ist rein in die Zone. Er kriegt da Schaden. Das sind 5er Ticks, das sind 5er Ticks. Der wird sterben. Das ist keine Pulse. Good Pulse, nice and white. Nice. Nice, nice. Wir sind gestorben. Aussehen? Nice, ja. Richtig, richtig, richtig. Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Wunderschön, 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 wunderschön. Nice, nice, nice. Ja, Auto. Auto wäre strong, strong. Crack. 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 There is one, there is one. Flare, 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 flare. Killen. Nein. Einer hinterm Baum. Ah, schade. Du hast das. Ich habe jemanden noch genockt. Egal, chill. Du kannst gar nicht einsteigen. Oh, Sechster. Aber knapp, knapp, 4 Punkte. Niki, du hast mich wortwörtlich gebrochen. Wichtig. Wichtig. Aber warum? Warum? Weil es gut tut. Weil es gut tut. So einer ist er. So einer. Ja, so einer ist er. Moment! Moment! Oh, Sascha ist schon in Veilo drin! Ey, Sascha! Wie läuft Valo? Top, 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 top. Erstes Game. Okay, alles gut. Wir gehen weiter. Okay. Der hätte wenigstens nur einen Punkt geholt. Jetzt ist er auch nicht mehr. Bro, die Runden liefen absolut super. Ich hätte mein bestes gegen. Hast du einen Schleppchen? Nein. Hier drin, hier drin, hier drin. Als ob da welche sind, Digga. Okay, du siehst. Das war schon ein Torweil für uns. Das war ein bisschen, die Tränen. Hahahaha. 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 Ey, Digga. Huuuuuuuh. Huuuuuhh. 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 Vielen Dank.